Wie kann ich meine Betriebsnachfolge planen? Wie kann ich meinen Betrieb so aufstellen, dass er ideal für einen Käufer oder einen Nachfolger geeignet ist? Darum soll es in diesem Video gehen. So, willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es, wie gesagt, um das Thema Betriebsübergabe, Nachfolge. Wie stellt man den Betrieb so auf, dass man ihn eben an einen Nachfolger übergeben kann? Das können mehrere Szenarien sein. Es kann natürlich sein, dass der Betrieb verkauft wird, dass man eben entweder selber in den Ruhestand geht und eben sagt, okay, ich möchte den Betrieb jetzt abgeben an jemanden oder man verkauft einfach ganz generell den Betrieb, weil man sich irgendwie umorientieren will und einfach den Betrieb abgeben möchte. Oder es ist eben innerhalb der Familie, dass man den Betrieb einfach weitergibt an die nächste Generation und auch da ist natürlich dann die Frage, wie muss man jetzt im Vorfeld den Betrieb aufstellen, sodass eine Übergabe möglichst reibungslos läuft und der Betrieb dann nach der Übergabe eben sehr gut weiterlaufen kann. Genau. Das Video ist ja für zwei, für beide Seiten jetzt relevant. Das ist zum einen für den, der ihn übernimmt, als auch für den, der ihn quasi übergibt. Genau. Letztendlich sind es so ein paar Faktoren, die man einfach berücksichtigen muss. Und der erste Faktor, der relativ offensichtlich ist natürlich der rechtliche Part, also was für eine Unternehmensform habe ich, wie ist es möglich, Anteile von dieser Unternehmensform zu übertragen. Als Einzelunternehmen ist es oftmals etwas schwieriger, weil es da komplett mit dir verbandelt ist. Das auseinanderzuziehen, da braucht man natürlich in jedem Fall Steuerberaterhilfe, also braucht man auch bei den anderen Geschichten, ist klar. Bei einer GmbH kann man Anteile verkaufen, das ist deutlich einfacher. Auch bei anderen Rechtsformen kannst du teilweise Anteile verkaufen, bei AGs oder so. Das ist dann alles sehr, sehr einfach abbildbar. In der Realität, wenn ein Einzelunternehmen schon auseinanderklamütet werden muss, das dauert dann oftmals etwas länger. Deswegen stell dich immer darauf ein, frühzeitig damit zu beginnen, ich sag mal ein paar Monate, mindestens eher ein, zwei Jahre Vorlaufzeit, damit das realistisch, vernünftig abgewickelt werden kann. Dann kommt der zweite Part. Der zweite Part ist, wie ist das Unternehmen generell aufgestellt, wie ist der Prozess im Unternehmen, wie viel Know-how muss ein Externer mitbringen, wie viel musst du mitbringen, damit du den Betrieb führen kannst oder wie viel muss dein Nachfolger mitbringen, damit er ihn führen kann. Und hier geht es jetzt vor allem darum, als Inhaber schon frühzeitig zu erkennen, was sind Punkte, wo nur ich gerade quasi die Arbeit mache. Und du musst dir vorstellen, jeder dieser Punkte sorgt dafür, dass du die potenzielle Anzahl der Käufer reduzierst. Weil für jede Sache, die du aktuell selber machst, die man anders machen muss, fallen wieder ein paar Leute raus, die das nicht können. Ja, du musst dir mal bewusst machen, auch generell, wenn man sich mal Unternehmensübergaben oder Unternehmensverkäufe anschaut, der Wert des Unternehmens ist immer abhängig davon, wie abhängig das Unternehmen von dem Inhaber oder von der Führungskraft, von dem Chef sozusagen ist. Ja. Ja. Warum ist das so? Das ist natürlich so, weil du möchtest natürlich nicht eine Firma übernehmen und danach, wenn die Person raus ist, bricht alles zusammen. Ein Investor oder auch du, der die Firma übernimmt oder wenn du die Firma weitergibst. Du möchtest natürlich sicherstellen, dass die Firma nach der Übergabe genauso weiterläuft im Idealfall oder sogar noch besser dann laufen kann natürlich, wie vorher. Und das ist natürlich ein Risiko und dementsprechend muss man schauen, welche Strukturen sind da, welche Prozesse sind von dir abhängig. Und die musst du alle identifizieren und sagen, okay, da werde ich gebraucht, da werde ich gebraucht, da werde ich noch gebraucht. Die Sachen hier, da werde ich nicht mehr so gebraucht. Und dann ist eigentlich deine Aufgabe als Übergebender, diese drei Sachen, für die du jetzt immer noch gebraucht wirst, möglichst so zu strukturieren, dass du sie an jemanden abgeben kannst in der Firma, sodass jemand von außen sehr, sehr schnell diese Aufgabe auch übernehmen kann. Und wenn du die Firma übernimmst, dann sorge dafür herauszufinden, wovon sind wir oder wovon ist die Firma aktuell noch von dem Inhaber abhängig. Und diese Punkte zu identifizieren und zu schauen, okay, in welchen Punkten ist die Person gerade nicht ersetzbar und dann dafür zu sorgen, dass diese Strukturen noch aufgebaut werden oder dass dieses Know-how zumindest irgendwie noch aufgefangen wird. Ja, genau. Das bedingt sich auch gegenseitig, weil du hast zum einen, das Risiko für den Investor wird größer, zum anderen muss der Investor einfach mehr mitbringen, damit er es überhaupt nicht bewältigen kann. Das heißt, die Anzahl der Investoren sinkt auch, die es potenziell überhaupt kaufen können und dadurch ist halt der Preis einfach viel geringer. Und da reden wir wirklich teilweise über einen Faktor zwei oder drei. Also wenn du jetzt ein Unternehmen hast, das hat einen Wert von einer Million Euro und das ist sehr, sehr schlecht systematisiert, dann könnte es zwei oder drei wert sein, wenn es sehr gut systematisiert wäre, weil du einfach viel mehr potenzielle Käufe hast und auch strategische Investoren, die vielleicht ein bisschen mehr Geld mitbringen als der Handwerker um die Ecke, der es zwar fachlich alles mitbringt, aber das Geld gar nicht hat. Und das sind alles Themen, die du einfach bedenken solltest. Plus, es ist natürlich auch eine Geschichte, wenn du in der Familie übergibst, dass die Jungs oder Mädels dann in Zukunft das vernünftig weitermachen können. Der nächste Faktor ist, oder das nächste, was man bedenken muss, gibt es eine Übergangszeit. Es gibt ja oftmals Übergangszeit, du sagst, okay, du arbeitest noch ein, zwei, drei Jahre im Betrieb mit, vielleicht erste Zeit noch Vollzeit, ein Jahr, dann ein Jahr Teilzeit, dann ein Jahr noch 520 Euro mäßig, um die kleineren Probleme, die aufkommen, doch noch mitzulösen, dass der Betrieb halt nicht zusammenbricht. Auch da, je länger du bereit bist, weiter mitzuarbeiten, desto höher ist der Unternehmenswert, weil das das Risiko für den Investor natürlich wieder senkt. Wenn du dann raus bist, hätte er vielleicht schon sein Geld wieder rein, wenn er gut gewirtschaftet hat, die Jahre. Genau. Bedeutet, das sind einige Faktoren, die du einfach bedenken musst. Wichtig ist, deine Vorbereitungszeit zu haben, zu schauen, dass du die Strukturen vernünftig aufbaust, zu schauen, dass, ja, alles sauber auch rechtlich auseinandergezogen ist, dass er nicht mit ein Einzelunternehmen irgendwie verwandelt, dass du vielleicht noch ein Haus dranhängst, das du gar nicht mitverkaufen wolltest. Das sind alles Themen, wo du halt drauf achten musst, wo du auf jeden Fall dir steuerliche, fachliche Beratung holen solltest, von jemanden, der richtig Ahnung hat. Und was dann die Themen in der Firma angeht, Strukturierung und sowas, da kannst du natürlich auch bei uns gerne dich melden, dann können wir dir helfen, sowas zu schaffen, so Strukturen. Ja, auch hier auf dem Kanal findest du ja schon sehr viel. Genau, da findest du auch sehr viel Inhalt. Genau. Also, letzten Endes ist es ein relativ langer Weg, aber wenn du diese Sachen stetig auf dem Schirm hast, ständig dich fragst, okay, wie viel Prozent bin ich jetzt immer noch drin? Wie viel Prozent könnte auch schon jemand das einfach übernehmen, der einfach nur ein paar Kennzahlen checkt? Wenn du die Frage regelmäßig stellst und regelmäßig daran arbeitest, dann hast du eigentlich kein großes Problem, das in einer absehbaren Zeit alles hinzubekommen. Das ist halt sehr gut möglich. Gut, ich denke, da waren ein paar Sachen dabei wieder für dich, wenn das für dich ein Thema ist, vielleicht auch strategisch gesehen für die Zukunft irgendwann relevant. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, denke ich, wieder. Bis dahin, lass einen Daumen nach oben und ein Abo da und ciao. Ciao.